Ich hätte das jetzt einfach stehen lassen. Und mit diesen Worten fangen wir auch schon auf YouTube an. Hallo YouTube, hallo YouTube. Ich glaube, ich habe es aber nicht drin. Ach, ist aber egal. Ich habe es getestet tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Übersetzungsfehler ist, weil wir können ja die Sprache nicht umstellen, aber es ist tatsächlich deine Ausdauer. Genauso ist, das habe ich auch getestet, wenn du deine Ausdauer erhöhst, kriegt das Pal, was du reitest. Solange du es reitest, auch mehr Ausdauer. Es ist eine Entscheidung, die fühle ich aber noch nicht. Möchte ich nun mal los. Ja. Ich weiß nicht, während ich mich kratze, dann mal live gehen sollte. Aber hallo. Hallo. Wer macht hier eigentlich Pfeile? Was ist hier eigentlich noch am Start? Wie viele Pfeile haben wir? Ich habe keine Ahnung. Ich habe 92. Ich weiß nicht, warum da noch Pfeile eingestellt sind. Ich habe auch nicht wirklich geguckt. Ich nehme jetzt einfach mal die Hälfte davon ungefähr. So, die Nägel nehme ich mal raus. Wolltest du nicht Pfeile haben? Ich habe zu viele, glaube ich, wo der Tag noch lang war. Ach, das stimmt allerdings. So, tausend Gewicht, das muss aber jetzt auch reichen. Ich habe übrigens gesehen, die Dick Toys sind deutlich besser als die Tombads, was das Abbau angeht. Ja, aber du willst doch das, wer das ist und was das kann. Die sind in der Wüste zu finden. Also, bis wir die haben, dauert es auch noch einen Moment. So, ähm. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Tomboy's, äh, Tombads, das, äh, Nonplusultra sind, aber es ist halt zumindest das Beste, was wir gerade kriegen. Ja. So, wie sieht mein Team jetzt hier eigentlich aus? Was habe ich hier eigentlich? Habe ich jetzt so irgendwas hier? Ich habe übrigens Ja. Durch puren Zufall im Doomscrolling gestern, ähm, gesehen, wo der Hallo, du dreckiges Stück Mist hier sollst keine Pause gegönnen, sondern da, Mann. Was? Die doch quält die doch. nicht so. Äh, ich habe einfach gedippt, dass Essen das ist halt auch nicht, dass du willst. Nö, das ist richtig. Ähm, tatsächlich, äh, habe ich bei Dalu gesehen, wo er eine Base hat mit Metall und wo sie auch gleichzeitig, ähm, Holzkohle haben, was wir später brauchen für Gewehr-Munition. Ja. Ich, äh, ich habe eher nur die Koordinaten gesagt, frag mich jetzt nicht, wo das war, wir waren da noch nicht, aber... Die Frage ist sowieso, was, was, was ist jetzt der nächste Step? Warum? Äh, was, was, was? Es mangelt uns, glaube ich, an, äh, Achso, siehste, ich habe ja, glaube ich, das Schild noch nicht. Ich gehe mir mal das Schild wohl. Er guckt vorher nach. Ja, 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 ich habe, ich habe schon nachgeguckt, äh, jetzt hast du, äh, hab ich doch, das war doch im letzten Stream, wo ich gesagt habe, äh, 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 helft mir mal jetzt, ich höre ein Shiny, oder, ein Big, oder, 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 ich höre, oder, wobei doch, ich glaube, ich glaube, da ist es nicht das Wasser. Ich habe es nicht, ich weiß es nicht. Wo bist du? Und, äh, da wollte ich gerade die Range davon ist auch Hardball. Aber ja, meine ich zu wenig Platz. Gleich. Jetzt werde ich sicher, ob ich, äh, doch, ich sehe es sogar. Komm mal zurück, du bist ein Idiot. Es ist hier bei Wasser. Also, wie konntest du das übersehen? Ich bin einfach, ich habe versucht, das Geräusch zu lokalisieren. Ja, aber, ja, aber wie hast du das übersehen, Alter? Oh, oh, ey, 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 ey. Wie gut hätten wir das auch gequert. Ah, ich kann halt auch nicht nochmal drauf schießen, das ist halt so ein Matschel. Aber wir müssen eh mal gucken, äh, wir müssen eh mal gucken, was jetzt an dieser Metallfarbe eigentlich passiert ist, oder? Äh, ja. Der ist schon mit einem Tief in der Welt gepackt. Ach, so wundert sich das. Ich hab das noch nie so oft erlebt wie hier, da. Irgendwie jetzt muss da... Ähm, du wolltest was erzählen, aber frag mich nicht mehr was da, aber wolle ich irgendwas erzählen, bevor, äh, bevor du das Schein gehört hast. Ich, äh, wollte nur erzählen, dass, äh, beim letzten Mal ich doch das Chillit nicht gefangen hab, weil ich dich groß getötet hab, lass zu sein, ich mach's selber, bevor du's tötest, und dann hab ich's getötet. Naja, aber das war nicht das, was du erzählen wolltest. Aber da hab ich geschockt bei Matschel. Wir leben hier in unterschiedlichen Zeitzonen. Du auf jeden Fall manchmal, das ist ganz schwierig. Ich fühle, du bist in der Frau umgegenüber. Du, wenn du mich fühlst, das achte so gut, ja. So lange, wie du ihn fühlst. Weißt du, das ist doch wie bei Final, ne? Fühlen, tun, wie auch immer. Fühle ist, oder was auch immer die da sind. Hast du schon mit der Gimli? Was sagt dir die Heide denn noch? Warum muss es jetzt nachwählen, wenn sich da... War not combats. Äh, ja gut, das ist, das ist cool, was ich versuche mit zwei Bären... Okay, was genau versuchst du denn überhaupt? Der Schildfang, endlich mal. Ach so, Gott. Was ich mir jetzt grade klemme, weil ich's nicht kann. Du hast doch nur zwei Sphären. Deswegen. Kümmer dich jetzt bitte endlich um diesen scheiß Kühlschrank da. Mein Gott, mal eins. Warum heißt du... Du hießt grade Japanisch. Fand ich sehr interessant. Hast du auch, weißt du, ey, warum nicht? Boniti war Player 162. War ich nicht mal 177 oder so? Du bist jetzt grade 162. Oh, interessant. Was die Lagerstufe hört, ich... Amazing! Amazing! Jetzt brauchen wir Flauschbetten und müssen noch einen Pal einsetzen, aber... Aber die haben keine Flauschbetten verdient, wenn du mich fragst. Nee, nichts verdient hier, Flauschbetten, so. Wo ist mein... Hier, helf mir mal hier. Warum klaust du mir meine Pfeile? Ich brauch die Bank. Ich brauch die Bank. Du hast ne... Wir haben ne Sphärenbank, ne? Die kann nichts außer Sphären herstellen. Komm mit. Lass dich deine Scheiße dann selber machen. Alter, ehrlich, Mann. Ich brauch die Werkbank. Ich brauchte die Werkbank, aber nicht. Ja, für Sphären! Und dann ist es hier geflüstert worden, dass wir ne Sphärenbank haben. Ich glaub, die heißt nicht so. Ich glaub, die heißt dann da. Äh, Stücke hier. Pallium... Palladium... Palladium ist es falsch geworden. Warum liegt hier Fasern und Holz rum? Ich weiß es nicht. Weil das, äh, irgendjemand abgebaut hat und dann... Und einfach dreckig liegen lassen hat, okay? Nee, die Viecher halt, also die Pals halt. Warte mal. Also ich nehm jetzt mal was auf, aber... Wir haben doch den Zeit kleinerer hier, da werd ich mal ein bisschen Stein glaub ich mal. Aber haben wir so viel Stein? Irgendwas um die 700 oder so? Echt jetzt? Nee, 365, aber warum nur 365? Ich hatte eben beim, als ich irgendwo dran war, irgendwas 700 gesehen oder so. Ich geh mal kurz auf die Suche nach Tombates und zu unserer Stein-Farm. Beziehungsweise ich geh zu unserer Metall-Farm und gucke, ob ich Tombates fange. Das ist so ein bisschen das, was ich tue. Ja. Ähm... Da können wir von mir aus auch... ...gleich schlafen. Ja, natürlich. Keine Ausdauer. Aber wenn ich auch die ganze Zeit seh, dass die... ...dreckigen Tombates ihrer Arbeit nicht nachkommen, ähm... Hier, was ist falsch mit denen? Uh, was ist falsch mit euch? So, ähm... Ein Sparket hab ich auch noch nicht. Boah, ich glaub ich hab aber auch noch nicht gesehen, ja. Da, wie kann ich den da dann nehmen werden? Das ist dann falsch... Und da ist ein weiteres Tombate. Okay... Kannst... Na... 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 Ja... Na... 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 ups ich habe gerade vor der richtigen pingolette gekillt ja gut passiert das hat niemand gesehen und die sicher auch du das verwechselt wird niemand gesehen hat niemand gesehen kurz zu deiner arbeit nicht nachkommen wird verraten wir das so warum wir das ende kommen wird nicht arbeiten guck doch mal was für fähigkeiten ist das vielleicht ist das irgendwie so faulenzen ja das ist richtig es hat überhaupt keine fähigkeit das tor mit was immer faulen also weder positiv noch negativ aber wir essen hier genug eigentlich schon es ist auch das ist auch echt zu du hast du es noch mal nicht noch zugewiesen ich habe sogar noch mal ein paar alles kranke das problem ist das zeigt mir nicht an dass es krank ist auch nicht an der bank naja und also an der bank erst recht nicht und wenn ich sagen wenn du dann zu ihm gehst in den details steht halt nur dass es halt etwas müde und so weiter ist aber ich habe nicht sogar irgendwie medikamente für möglichkeit das wäre ja ein statuseffekt der ja angezeigt werden müsste also ja reinsteuer theoretisch schon aber wenn es hier auch von ohne überfall auch nicht oder auch nicht ja hier wo ich bin bei dir würde ich ja wohl nicht sehen auch nicht oder also das ist von mir 150 m entfernt und ich werde hier ja ich komme zu dir interessant dass wir ja die lager angegriffen niemals ich bin ja nicht hier naja das ist doch auch dein lager wir sind ja immer noch ein gilde wie auch immer du sind das lager deines freundes wird angegriffen ach so mehr bin ich nicht mehr ja ich habe mich nicht mehr warum nicht es gibt Munition wegen wird auf die kann ich leider nicht fliegen aber einfach komplett daneben ich stehe hier unten schön rum der eine will da ist doch einer in den berg gebackt oder nicht? ja 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 das kann mal werden ich sehe auch nicht bei mir ist einfach nur dunkel und dunkel ah getroffen ah es dauert jetzt hol ich mich mit ey da ist ein tombbad hinter uns willst du ein tombbad fangen? ich glaube du machst noch keins äh stimmt warte ja mach du mal ich mach mal einen fortpunkt hier warum leht der eigentlich manchmal nach und manchmal nicht? weil du es dann abbrillst so schnell wieder zielst oder was auch immer und weil das spiel halt mit buggy mass ist stell dich mal auf nur die sphäre während du eins fängst und warte mal bis du sie gefangen hast auf die sphäre? wie soll ich mich denn auf die sphäre? du kannst da raufklärt dann auf die sphäre und wenn du es gefangen hast wird es sehr lustig ich kann nie hä aber das ist doch ein ball wie kann ich denn da rauf ja egal du kannst da raufklärt dann du musst es mal versuchen ja ich doch das will ich nicht ich will das schon mach doch ja dann tu das so wenn du es willst nicht hier und nicht jetzt auch nicht hier und nicht hier wenn du wirst was dann passiert dann ab und hier und her ich will schon wieder entkommen ich will schon wieder entkommen ich will schon wieder in der gleichen Stelle wo du gerade warst hast du den Schlüssel dabei zu beigerweise äh kann ich dir gleich sagen warum kann ich dich nicht angreifen haltweg ups hast du mich angegriffen ne das stand bei mir aber nicht dran das stand bei mir als ganz normal Alter wow was ist hier los man also ob ich einen schütze habe hast du gefragt äh nö ich habe keinen schlüssel von der liga aufgehoben ich will mich verraten ich brauche es kein was soll das eigentlich einfach so man warum habe ich jetzt hier alles aggro oh rubberbanding ich habe keines gesehen wie du hast keines gesehen wie kannst du auch rubberbanding gehen und warum ist das jetzt hier was geht hier ab ich kann rubberbanding genauso sehe ich ich kriege aber hier ist doch gerade alles aggro ich habe das Gefühl dass das so viel gegeben war was ist das hier bei diesem Fall warum weiß ich nicht ich wollte sie einsammeln aber dann da unten ist noch ein Tombett oder ist das dein ne aber das habe ich dir auch gesagt dass du da anschein weggegangen bist da hast du noch joh gesagt aber anscheinend hast du es nicht verstanden was menschen von ihr wollen gut dass das jetzt auch nichts neues also was muss man ja können ja man muss man ja können oh jetzt war der Ring au hat mich gebrochen auf dem anderen niveau what the fuck ey hier oben kämpft wieder Mammo-Rests gegen Mammo-Rests warum auch immer die das machen ich habe einen Mammo-Rests gefangen jetzt so auf meinem Singleplayer mal ganz kurz weil ich das mal ein bisschen gespielt hatte die Tage aber auch nur durch Lack 35er Mammo-Rests gefangen ja ja mit 0,01% oder so'n Scheiße ey könnt ihr jetzt bitte weiter gegeneinander kämpfen ich würde euch fangen oder es probieren das habe ich auch schon mal versucht tatsache ganz am Anfang davon aber ich habe es nicht hingekriegt die töten hier auf jeden Fall gerade oh Gott Lampenwalz noch ein welcher no was würde ich jetzt aber als nächstes tun ja niemand weiß was du tun willst das stimmt nicht das ist eine richtige Lüge und eine Programme-Unterstellung bist du dir sicher? ja ich nicht ich habe ja gesagt ich habe ja gesagt hier drüben auf dem Turm ist auch noch was hier ist gerade irgendwie so viel Blut und so also wolltest du dich Schild fangen? ja du hast mich abgelenkt ich habe mich abgelenkt du bist schuld du hast mich abgelenkt genau ich und nicht der Raid der komplett gegen eine Wand gelaufen ist wortwörtlich und in der Wand auch noch ja ich brauche keine Milch wirklich nicht gibts doch nicht darf ich mich bitte porten? äh ich muss hier weg und schau wieder einmal wobei es droht dass ich mich fangen konnte mein Nightwing hat Hunger ja dein Füller ist doch eigentlich ja Jimmy hat gesagt ich soll dich füllen hallo mit irgendwelchen giftigen Pilzen mit irgendwelchen giftigen Pilzen mit irgendwelchen giftigen Pilzen mit irgendwelchen giftigen Pilzen du kannst dir ein genaueres Essen geben was du auch futterst giftige Pilze mhm so das habe ich alles jetzt gehe ich einfach wirklich los dieses Nightwing oh Gott ich bin dort warum hast du das so getan? ja Mammores ich habe mich mit Mammores angeregt schlechte Entscheidung wohl? mhm aber Mammores ist fast tot du hast eine Kiste Attacke Blende äh 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 chill 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 aber hab ich doch einen Nightwing ich kenne das Nightwing ich habe einen Kommando von die ich mich oh das wird das wird äh nicht so viel das arme chill das kann auch nicht dafür Ja gut, aber jetzt hab ich mit der Weile auch ein bisschen hochgelevelt. Ja. Und chill, du hast schon viel zwölf oder was? Elf, elf. Ja, elf. Hier ist ein Mammo-Rest, wenn du willst, dann kannst du dich da machen. Äh, ne, ne. Ich will mich eigentlich noch gar nicht mit denen anlegen, weil ich ja weiß, dass die auch zu hoch sind und so, aber wenn die halt, wenn die Pick-Viecher gegeneinander kämpfen, dann kann ich auch halt probieren, mich anzulegen. Es wäre aber richtig schön, dass du hier in der Nähe bist, ja hättest du mich auch retten können, hätte ich ja gar nicht, äh, egal. Du hast nichts gesagt, also wildverfahren. Ich wusste nicht, wo du warst, also wenn ich da liege, weiß, wo das Schild ist, ich bin natürlich. Außer wißt du es wahrscheinlich, dass Mammo-Rest was ging und andere Mammo-Rest gekämpft hat, glaube ich. Ja. Wie will du heim? Zwanzig. Wäre ich das jetzt tot? Ich würde mal interessieren, ob das was bringen würde, ähm, Arbeitstempo als Mensch, also als Player zu erhöhen. Ja, das bringen wir es für dich, aber auch nur für dich allein, ne? Ja, aber die Frage ist, lohnt sich das, wenn du alles über die Pels machst? Ähm, naja, also es gibt auch Sachen, die mit einem Mannhubel sehr lange dauern. Also ich glaube, es gibt auch schon, es gibt auch schon Vorteile da drin, das für dich zu leveln, aber die Frage ist halt, ob du es jetzt gerade brauchst. Aber ja, ich glaube, für sie hat das schon Vorteile. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, der, äh, gut, das ist auch noch nicht eins der spätesten Dinge, aber ein Sattel für den Jet Dragon, äh, äh, braucht dann auch mal so gefühlt fünf Minuten, auch wo du dann an du bist, wenn du vier Crafting nebenstehst, also. Ja. Oh, du hast doch gerade nachgeladen. Oh, ja, offen mit so weit. Ich habe gedacht, ich habe ein paar mehr IQs. Du hast jetzt gedacht, du hast mehr IQs. Ach, du fängst da hinten gerade, oder? Ach so. Aber siehst du mich nicht, oder? Ich habe dich auf die IQs gerade verstanden. Ja, natürlich habe ich das getötet. Und ich habe das andere. Aber von der Entfernung mit der Armbrust, naja, komm. Fächer jetzt. Ich bin gekonnt, so habe ich dir gekonnt. Du hast ein Schild getötet, was du fangen wolltest. Ja. Ja, aber was willst du tun? Ich habe auch gerade einen Lammenball ganz dreckig fertig gemacht. Hallo, hast du auch Lammenball zu benutzen für deine dreckigen Standfahrten? Ich mobbe. Das ist ein Mocki. Das ist schon klar, ja. So. Guck mal. Ah, wer zuerst mal verliert. Ah, pff. Warst du eigentlich geistig im Liegen, oder? Was willst du denn nicht? Und ich bin ein bisschen gerubberband, also irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung. Ja, aber es ist doch falsch, Alter. Hier ist ein Tansi. Oh, Entschuldigung. Findest du auch wenn alles zu momen, was da rumläuft? Ne, irgendwie gerade nicht. Hallo. Ähm, und zwar. Was hab ich mit dem Eis? Das ist mittlerweile fertig. 178. Äh, könnte sein. Die sind aber alle schon über 20. Macht es Sinn, das Chill mitzunehmen? Was? Eis und Drache. Eis und Drache. Oh, Henke. Cool. Hm. Ach komm, scheiß auf Foxparks. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Ach komm, scheiß auf den. Eis und Drache. Weiß nicht. Glaubst du das? Ist das ausgebrütet gewesen, oder? Ja, ein Tränk gegen hab ich doch gesagt. Okay. Hier, zack. Er lässt mich auch einfach nie meine Eier da reinpacken. Nö, du musst dir mal deine Eier reinpacken. Das ist schon i genug. Das stimmt, ist auch i genug. Ja, wir haben nichts mehr am Platz, ey. Ja, aber können wir nicht schon die neuen Truhen machen? Die kosten Metall, haben wir Metall? Ja. Warum kümmerst du dich nicht um Metall? Wirst du dich verarschen? Ein bisschen vielleicht. Du willst doch einfach die Palze. Also jetzt schon wieder Holz drin, dann ist der nächste Pro auch Holz drin. Überall ein Stück Leder drin. Dann nimmst du raus und packst mal zusammen. Ja, hab ich doch gerade, war ich doch gerade. Was willst du eigentlich von mir? Vorher, wenn es das hier nicht gibt. Du willst zum Kotzen. Du willst zum Kotzen. Ich pack das hier so vernünftig zusammen und du kannst einfach nichts. Ja, genau. Jetzt schießt das wieder auf mich, ja? Ja, ob ich denn sonst? Glück etwas. Auf die dreckigen Palze sag ich dir das. Auf die dreckigen Palze. Warum kann ich nichts reparieren? Bei mir Nägel fehlen. Oh, Nägel. So, was kommt jetzt hier hin? Was machen wir mal nach? Fuck. Dann hab ich hier noch ein bisschen was zum Frabbern. Warum hab ich denn jetzt eine Stufe 9? Ach so, ich hab das gesagt. Warum hab ich das gesagt? Warum hab ich das gesagt? Warum hab ich das gesagt? Macht Sinn. Ähm. Ne. Mh. Da sind wir kaum... Ach so, der ist wahrscheinlich hier reinpacken, ne? Ja, aber ist auch nicht viel drin. Soll vielleicht mal gucken, ob wir noch ein bisschen noch ein Feld mehr anbauen. Ja, äh, auf jeden Fall. Wäre, glaub ich, nicht verkehrt in Anbetracht auf das Puttans im anderen Lager. Der ist auch schon wieder überall Scheiße drin, Alter. Oh, wie viel, ähm. Die haben auch tonnenweise Eisen hier, die man hätt's mal nur mitnehmen müssen. Wo bist du denn? Bei uns am anderen Lager. Ja, ich weiß, dass da Eisen drin ist, aber dann war Nacht und ich wurde angegriffen und so weiter und so fort. Da wurde ich abgelenkt. Ich höre nur Ausreden. Ach so, von mir ja auch sonst, oder was? Von dir sind so 235 Eisen sind da auf jeden Fall. Ja, aber das ist trotzdem nicht so viel. Mehr als wir gerade besitzen. Ja, aber du musst es ja durch zwei nehmen. Also es ist... Los, äh. Verhüte. Verhüte? Nein, da hast du nicht verhüttet. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn dann verhüttet und mich verhüttet. Boah, das wird jetzt aber leider ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh, du sagst dir. Du sagst... Das sind Foxparks, die bei euch. Also werde ich mir die mal gönnen. Ich arbeite jetzt auch nix. Fuck is fuck, sagst du? Ja! Vielleicht nur so ein Relaxsaurus? Du hättest aber, als du hier warst, auf der anderen Base auch das Metall mal einsammeln können, dass das tatsächlich gerade erst geplatzt. Es könnte dann auch geplatzt sein, keine Ahnung. Also ich will safe nix sagen. Hier lagen einfach 130 Metall rum. Ich habe das Gefühl, dass Metall kommt zu schnell wieder, wir bauen zu schnell, zu selten wieder, wir bauen zu schnell ab. Hey, der Relaxsaurus ist gekommen. Hörst du mir zu, wenn ich Rande? Ja. Ja. Aber gut, wir könnten uns natürlich noch einen zweiten Brenner hinstellen und dann... Aber es ist ja eigentlich nicht verschwendet, oder? Ja, also... Na, die Frage... Die Frage ist, wenn wir es wirklich zu schnell abbauen sollten, ob es dann nicht Sinn macht, das vielleicht nur einen Ton mal weniger hinzustellen, damit du das immer ewig gleiche... Äh... Dingsblöse... Ich habe jetzt noch nie gesehen, dass da einer Probleme hatte. Ja! Das muss jetzt nicht heißen, die können natürlich jetzt auch voll auflaufen, weiß ich nicht. Was auch noch nie Pferde kotzen sehen, aber... Die können das ja auch nicht. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Das ist anatomisch nicht möglich bei Pferden eigentlich. Ja, ich habe schon kühl schwimmen sehen. Ja, die Sau gehen ja dann dabei runter, das ist, glaube ich, was anderes, oder? Die gehen dabei runter? Ja. Sollten sie zumindest. Oh, nee, das... Äh... Achso, da muss ich ja jetzt auch eins hinsetzen. Äh... Ja, guck, mach mal hin. Ähm, das nicht so hin. Finde ich aber auch gut, wie das Bewässerung braucht und sich einfach nichts dreht. Animationen für die Mühle wäre auch ein bisschen... Nö, das ist... Das wird leider, ähm... Aber ich bräuchte auch... Wo ist eigentlich das Fox... Wo ist eigentlich das Foxbox? Mach das hier irgendwas? Ja, das rennt da hinten und ein Pferde wird sich ein Pferde hin. Und jetzt ist er wieder seine Agro an dem Viech aus. Naja, es ist so... Warum hörst du auch zu verbessern? Habe ich dir das gesagt? Habe ich dir erlaubt, das so zu verbessern? Also... Mach hier Paldi unkündig. Ach, ich bin zu weit weg. Ich wollte sie wirklich... Ich wollte sie absnacken und sie sie töten. Oh... 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 Vielen Dank.